Wie geht das denn jetzt? Mann. Also, serious. Du musst dich doch eigentlich in Hundi verwandeln können. In Wuschel, oder wie er heißt. Du musst schwarzen Magie... BTF. Also, ich muss hier doch irgendwie kramen können. Oh, ne. Ich bin so doof, ne. Warum ist da auch... Mann. Ich bin schon echt selten dämlich. Jetzt übersehe ich die ganze Zeit diese Pfoten da. Schüler in Not. Yay. Hui, Hundi. Doki Doki. Ne. Wow. Schnell, weitermachen. So, okay. Dann verwandel dich mal wieder. Äh, und hier das Lila wieder. Und jetzt retten wir... Luna! Okay. Bei dem Letzten. Wo ist das Letzte? Ähm... Wo haben wir denn das Letzte? Der steht hier oben. Okay. Ich muss das bestimmt kaputt machen. Ähm... Hier damit. Ah, Tatsache. Okay. Okay. Schön. Okay, okay. Mensch, ey. Also, da waren jetzt gar nicht so Linien angezeichnet. Und jetzt machen wir Bellatrix fertig. Yay. Okay. Jetzt haben wir alle. Und was geht jetzt? Was geht jetzt ab? Kommt, jetzt der dunkle Lord. Nein, Bellatrix. Oh Gott, jetzt muss ich mich mit denen duellieren. Das finde ich ja nicht so geil. Weh. Was? Boah, ich bin bei sowas... Da ist so schlecht. Ich bin echt selten dämlich immer. Mist, wie war das denn? Mist. Scheiße. Hallo? Ähm. Hier, B. Oh, oh shit. Hallo? Ah, XXXXXXXXXXXX. Schön. Einmal habe ich sie schon fertig. Jetzt muss ich rot schnell holen, oder? Hallo, X. Äh, orange Ah, los Okay Los, lass ihn runter Okay, jetzt lila Los, mach ein Schild Äh, ey, da muss man echt immer jedes Mal reinkommen, ne? Jetzt muss ich rot wiederholen Mach ein Schild! Oh Okay, Bellatrix hab ich fertig gemacht Ich liebe Bellatrix Gut, darf jetzt Kitty-less-Range, ey Hmph Aha! Meine Güte ist das Hammer! Was für ein geiler Scheiß Nein, ich will da rein, ich will zu meinen Punkten Punkties! So, Dumbledore, du, ähm, machst das Ich hol meine Punkte Oder so Zumindest fände ich es ganz geil Wenn ich noch Punkte zu holen Hilfe! Oh, da sind Punkte drin Oh, 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 oh Scheiße Heiligsblechte Was muss ich denn jetzt machen? Äh, das wird doch nix Ja, sag ich doch Mein blauer Punkt! Komm hierher! Scheiße Ja, und jetzt Hier Meine Güte Ist dieser Kampf Episch So, jetzt schnell zu den Punkten Damit ich vielleicht doch echt mal noch meine meinen wahren Zauberer krieg Ich schätze aber nicht, dass ich das in dem Level noch schaffe Weil dafür habe ich einfach schon zu viele Punkte verloren Oh, da habe ich was Fatsch Zaubergamot Okay Fatsch Da muss ich irgendwie an An Kuchen denken Weil es gibt doch auch so Kuchen Der Fatsch Heißt Wenn ihr das kennt Fatsch, oder? Ich glaube schon Okay, punktetechnisch gibt es hier, glaube ich, nichts mehr zu holen Ähm Wie mache ich das jetzt? Oh, hier sind noch Flammen Ähm Muss ich hier irgendwas machen? Nee, oder? Ich denke nicht Wo ist der Doofe denn? Da oben Ah, hier Ah, jetzt Jetzt Ertrinkt er Da ist er Ah, mach ihn fertig Ziemlich geil Der Kampf Und Er stecht ihn So Okay Okay, er macht ein Schutzschild Und er Baut es zusammen Und Auf ihn! Ups, nein, nicht Dumbledore abschießen, du Doofi Habe ich jetzt Wo ist jetzt? Ah, hier, oder? Ja, bleib hinterm Schutzschild, dann passiert dir auch nichts Zusammenbauen schnell Und Auf ihn Und loslassen Yay So, jetzt der finale Kampf Okay, dann wieder zu Harry Komm, geh hinter Dumbledore Und hoff, dass du nicht da getroffen bist Ich werde immer wieder getroffen Das ist ganz nervig Hallo? Da war doch Hier ist es Ach, komm schon So Voldemort Jetzt hat erstmal dein letztes Stündlein geschlagen Zumindest für jetzt Das ist Das ist Oh... Meine Güte, wenn das mal nicht episch war, dann weiß ich's auch nicht mehr. Hauswaffen. Wow, also der Kampf, das Ganze fand ich richtig, richtig gut. Wacher Zauberer hab ich eh nicht geschafft. Ja, vielleicht der erste Level wieder verkackt. Jaja, kann man das Ganze ja eigentlich mal ein bisschen überspringen hier. Geschichte beenden. Ja, das war das Jahr, das fünfte Jahr. Ja, dann tun wir mal hier überspringen. Wenn es geht. Warum ist hier keine Musik? Ich drück grad wie blöd rum. Aber ich kann's nicht überspringen. Das find ich ein bisschen nervig. Ja, jetzt hat es... Schön. Ja, cool. Also... Wow. So, jetzt sind wir hier und ich würde eigentlich am liebsten sofort... Oh, was ist das denn für ein Laden? Den kenn ich, glaub ich, noch gar nicht. Oder? Den kenn ich, glaub ich, echt noch nicht. Irgendwelche, schaut aus wie so ein Halloween-Laden irgendwie. Ach Mensch, das könnte... Weasleys Zauberladen, genau. Mensch, wollte ich grad sagen. Wie cool. Dem, 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 dem